Modul 6 Screencast Minecraft Hallo zusammen! Zur Nachbereitung der Exkursion einer Gewässeruntersuchung habe ich mir gedacht, man könnte gemeinsam mit den SchülerInnen in Minecraft das Gewässer nachbauen, damit sie sich noch einmal mit den Inhalten der Exkursion auseinandersetzen. Ich habe Ihnen hierfür ein kurzes Erklärvideo erstellt, in dem ich einige Funktionen und Umsetzungsmöglichkeiten in Minecraft zeige. Doch was genau ist Minecraft eigentlich und wofür kann es alles genutzt werden? Minecraft ist ein Computerspiel, bei dem man auf einer frei begehbaren Welt unterwegs ist und diese erkunden kann. Die Welt ist zufällig generiert und an die reale Natur angelehnt. Es gibt zum Beispiel Wälder, Berge, Gewässer, Pflanzen und Tiere. Generell ist Minecraft aus Würfeln, sogenannten Blöcken, aufgebaut. Diese Blöcke können abgebaut und platziert werden, womit ein individuelles Bauen ermöglicht wird. Minecraft ist sehr vielseitig. Man kann die Welt erkunden, Ressourcen sammeln und sich eigene Gebäude und Strukturen bauen. Für einen Freizeitgebrauch bietet Minecraft viele Spielelemente wie das Entdecken unterschiedlicher Dimensionen und Gebilde oder das Kämpfen gegen verschiedene Kreaturen. Für einen Gebrauch im Bildungskontext kann man viele Funktionen von Minecraft nutzen. Insbesondere können Besuchte Exkursionsorte im Spiel nachgebaut und von den SchülerInnen besucht werden. In Minecraft kann man nämlich eine komplett eigene Welt erstellen und nach den eigenen Wünschen umbauen und modifizieren. Diese Welt kann dann für andere SpielerInnen freigegeben werden, sodass diese ihre Welt erkunden können. Ich habe für Sie ein Video aufgenommen, in welchem ich Ihnen die Welterstellung sowie die grundlegende Steuerung von Minecraft erkläre. Außerdem zeige ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Lebensräume zu erstellen und baue hierfür auch selbst einen Teich. Ich hoffe, ich kann Ihnen hiermit das Potenzial von Minecraft für die Nachbereitung von beispielsweise Exkursionen aufzeigen. Um eine neue Welt zu erstellen, klicken wir zunächst auf Spielen, dann Neuerstellen und Neue Welt erstellen. Ganz oben können wir unserer Welt nun einen Namen geben. Und dann können wir auch schon damit beginnen, die Einstellungen anzupassen. Wenn wir den Spielmodus auf Kreativ umstellen, erleichtert uns das das Bauen, wir können fliegen und haben Zugriff auf alle Blöcke im ganzen Spiel. Im Überlebensmodus muss man jeden Block einzeln abbauen. Außerdem können in der Nacht Monster erscheinen. Dies kann man allerdings verhindern, indem man den Schwierigkeitsgrad auf friedlich stellt. Unter dem Reiter Fortgeschritten lassen sich weitere Einstellungen finden. Unter Vorlagen können Sie voreingestellte Welten und Biome finden. Hier gibt es zum Beispiel einen Sumpf, ein Schneedorf, Berge, Höhlen, Flüsse oder verschiedene Unterwasserwelten. Wenn Sie hiervon nichts nutzen wollen, belassen Sie den Seed bei der zufällig generierten Zahlenfolge. Indem die SchülerInnen diesen Seed kopieren und an Ihrem Gerät einfügen, können Sie die von Ihnen erstellte Welt besuchen. In diesem Beispiel erstellen wir eine flache Welt. Hierbei werden keine natürlichen Strukturen wie Flüsse oder Berge generiert. Eine weitere für Sie vielleicht relevante Einstellung ist, Feuer breitet sich aus. Sie können diese beispielsweise nutzen, um Waldbrände zu simulieren. An dieser Stelle gibt es noch viele weitere Einstellungen zu entdecken, die auch je kurz erklärt werden. Schauen Sie diese bei Interesse einfach selber durch. Unter den Mehrspielereinstellungen können Sie beispielsweise festlegen, wer alles Zugang zu der Welt haben soll. Hier bietet es sich an, Spieler mit Einladung auszuwählen, um fremde Spieler zu vermeiden. Die Spielerberechtigungen bestimmen, inwiefern die SchülerInnen innerhalb der Welt interagieren können. Als Besucher können Sie sich lediglich in der Welt bewegen und die Dinge ansehen. Als Mitglied können Sie zusätzlich mit der Welt interagieren und beispielsweise Wasser und Blöcke platzieren oder Feuer zünden. Der Operator hat noch mehr Zugriffe und wird daher für einen solchen Einsatz nicht empfohlen. Wenn Sie die Welt für LAN-Spieler sichtbar machen, können die SchülerInnen der Welt auch über das lokale Netzwerk beitreten. Deaktivieren Sie unbedingt die Funktion Friendly Fire, wenn Sie nicht wollen, dass die SchülerInnen sich im Spiel gegenseitig schlagen können. Nachdem Sie alle Einstellungen angepasst haben, klicken Sie auf Erstellen, um die Welt zu generieren. Gehen wir nun die grundlegenden Bewegungen durch. Indem Sie die Maus bewegen, können Sie sich drehen und in der Welt umsehen. Mit Rechtsklick können Sie Blöcke setzen und mit verschiedenen Blöcken interagieren. Mit Linksklick schlagen Sie und können Blöcke abbauen. Mit den Tasten W, A, S und D können Sie sich in verschiedene Richtungen fortbewegen. Wenn Sie die Escape-Taste drücken, kommen Sie in ein Menü, in dem Sie Ihre Einstellungen teilweise anpassen können. Sie können beispielsweise den Spielmodus wechseln. Wie vorhin bereits angesprochen, können wir im Kreativ-Modus schneller Blöcke abbauen. Wenn Sie nun zweimal die Leertaste drücken würden, könnten Sie im Kreativ-Modus sogar fliegen. Die Leiste am unteren Bildschirmrand ist Ihr eigenes Inventar. Um Blöcke zum Bauen zu erhalten, drücken Sie E, um das gesamte Inventar zu öffnen. Hier haben Sie im Kreativ-Modus Zugriff auf alle Items aus dem Spiel. Über die Suchfunktion können Sie nach bestimmten Items suchen. Hier geben wir beispielsweise Wasser ein, sehen alle Items mit Wasser im Namen und nehmen uns den Wassereimer mit Linksklick in unser Inventar. Mit Hilfe des Mausrads können verschiedene Items in unserem Inventar ausgewählt werden. Wenn Sie beim Bauen zu tief in die Erde graben, stoßen Sie auf diesen Block. Darunter ist die Welt vorbei und man kann hinunterfallen. Diesen Block sollten Sie also nicht abbauen oder das Loch einfach wieder zubauen. In diesem Beispiel wollen wir einen kleinen Teich bauen. Hierzu bauen wir zunächst den Boden mit Linksklick ab und erschaffen somit ein Loch. Dann nehmen wir unseren Wassereimer zur Hand und befüllen das Loch per Linksklick mit Wasser. Um ein stilles Gewässer zu erzeugen, muss das gesamte Loch mit Wasser gefüllt werden. Wenn Sie Wasser von einer Stelle entfernen möchten, platzieren Sie mit Rechtsklick einen Block auf die Stelle und bauen ihn mit Linksklick wieder ab. Nun wollen wir noch einen Zaun um unseren Teich platzieren. Hierfür öffnen wir wieder mit E das Inventar, suchen nach Zaun und nehmen uns den gewünschten Zaun und ein Zauntor in unser Inventar. Die Zäune werden nun um den Teich herum platziert. Indem wir an einer Stelle ein Zauntor bauen, können wir unseren abgesteckten Bereich immer wieder betreten und verlassen. Das Zauntor lässt sich nämlich mit Rechtsklick öffnen und schließen. Um unser Gewässer lebendiger zu machen, können wir beispielsweise Fische in das Wasser setzen. Hierbei ist zu beachten, dass Sie die Fische in den Eimern benutzen, denn nur diese können in das Wasser platziert werden. Sie können hier auch noch Wasserpflanzen hinzufügen. Suchen Sie diese hierfür wieder im gesamten Inventar heraus und ziehen Sie die entsprechenden Pflanzen in Ihr eigenes Inventar. Seetang und Seegras können am Grund des Gewässers platziert werden, also unter Wasser. Seerosenblätter können auf der Wasseroberfläche platziert werden. Auf diesen kann man sogar stehen und sich bewegen. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Baumarten oder einen Wald betrachten wollen, können Sie auch ganz einfach selbst Bäume pflanzen. Hierfür gehen Sie wieder mit E in das gesamte Inventar und suchen nach einem Setzling Ihrer Wahl. Wir nutzen hier Kirschbaumsetzlinge. Nehmen Sie sich außerdem noch Knochenmehl zur Hand. Die Funktion hiervon wird im Folgenden klar. Wenn Sie Ihren Setzling auf Erde platzieren, gibt es verschiedene Wege, ihn wachsen zu lassen. Nach einer bestimmten Zeit wächst von alleine ein Baum heran. Um den Prozess zu beschleunigen, können Sie mit dem Knochenmehl in der Hand mit Rechtsklick auf den Setzling klicken. So wächst der Baum sofort. Beachten Sie, dass zum Wachsen der Bäume ein genügend großer Abstand zwischen den Bäumen sein muss. Sie können in Minecraft auch viele verschiedene Tiere hinzufügen. Suchen Sie hierfür im gesamten Inventar nach einem Tier, das Sie platzieren wollen. Sie brauchen hierfür diese sogenannten Spawn-Eier. Mit Ihren Spawn-Eiern klicken Sie nun Rechtsklick auf den Boden, um das gewünschte Tier an dieser Stelle erscheinen zu lassen. Wenn Sie einen Überblick über die verfügbaren Tierarten erhalten wollen, können Sie in der Suchfunktion Spawn-Ei eingeben und die vorhandenen Tiere durchforsten. Ich hoffe, dieses kurze Erklärvideo hat Ihnen das Potenzial von Minecraft als Tool für die Nachbereitung aufgezeigt. Schauen Sie doch selber mal hinein und gestalten Sie mit Ihren SchülerInnen einen Lebensraum. Schauen Sie doch mal.